Der Sonntag ist die Zeit für die wichtigen Fragen im Leben. Zum Beispiel, wo soll es in den Urlaub hingehen? Entspannt online stöbern, Preise vergleichen. Immer mehr Kunden nutzen Online-Angebote auch bei der Reisebuchung. Und bei Fragen genügt ein Anruf bei der Service-Hotline. Die geschulten Reiseberater finden Lösungen und das passende Angebot. Jetzt kann gebucht werden. Aber Achtung! Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt ein Urteil erlassen, das die telefonische Kundenbetreuung am Sonntag bei der Online-Buchung stark einschränkt. Damit ist der wichtigste Verkaufstag für Online-Reisebuchungen bedroht. Denn die Nachfrage ist am Sonntag rund 50 Prozent größer als an Wochentagen. Firmen wie TUI, die ihre Service-Center in Deutschland haben, würden von einem wichtigen Vertriebskanal ausgeschlossen. Das Geschäft wandert über die Daten- und Telefonleitungen ab. Firmen, die ihre deutschsprachigen Call-Center heute schon im Ausland haben, sind von dem Verkaufsverbot nicht betroffen. Im Ausland ist der Verkauf auch am Sonntag erlaubt. Unternehmen müssten auf mehr Personal im Ausland setzen und das Angebot in Deutschland ausdünnen. Auch zu Lasten von vielen Menschen, die die flexible Arbeitsmöglichkeit am Wochenende sehr schätzen. Neben der Reisebranche sind auch viele weitere Dienstleistungsbranchen betroffen. Die Politik kann diese Fehlentwicklung stoppen. Mehr erfahren Sie unter tuigroup.com. slash Politik dieР Blizzard und die Rentie anschauen hope und die sch cancel